Die fünf beliebtesten Pflanzen sind wie eine harmonische Band. Die Rose am Mikrofon, die Orchidee mit ihrem eleganten Solo, der Lavendel im Hintergrund für die Atmosphäre, der Kaktus als der coole Bassist und die Sukkulente als der schlagfertige Schlagzeuger. Sie alle bringen das Grün zum Klingen. Doch jetzt gehen wir mal auf die fünf beliebtesten Pflanzen ein. Die Rose gilt als eine der beliebtesten Doom weltweit. Sie ist bekannt für ihre Schönheit, Vielfalt an Farben und ihren angenehmen Duft. Hosen werden häufig als schnelle Blumen oder im Garten eine Pflanze. Orchideen sind exotische Pflanzen, die für ihre auffälligen Blüten und elegante Erscheinung bekannt sind. Sie sind blutige Zimmerpflanzen und werden für ihre Vielfalt an Farben und Formen geschätzt. Lavendel ist eine duftige Pflanze, die für ihre violette Blüte und ihren angenehmen Geruch bekannt ist. Lavendel wird oft in Gärten angebaut und für seine ästherische Öle verwendet, die in der Aromatherapie und der Parfümherstellung verwendet wird. Sukkulenten sind als pflegeleichte Pflanzen, die in vielen Formen und Größen erhältlich sind. Sie sind bekannt für ihre fleischigen Blätter, die ihnen helfen Wasser zu speichern. Sukkulenten werden oft als Zimmerpflanzen geschätzt und sind wegen ihrer Vielfalt und ihren geringen Pflegeanforderungen beliebt. Kaktusse sind ebenfalls Sukkulente und erfreuen sich in größter Beliebtheit. Sie sind für ihre stacheligen Erscheinungen und ihre Fähigkeiten, in trockenen Umgebungen zu überleben, bekannt. Kaktusse sind als Zimmerpflanzen für sie und werden oft als figurative Elemente in modernen Innenräumen eingesetzt. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass doch gerne ein Abo und ein Like da. Außerdem kannst du hier noch weitere Videos angucken. Kaktusse sind als Zimmerpflanzen für sie